dragons profit das gibt es auch auf unserer showbühne zu sehen nämlich auf der roleplay convention die ist ja schon nächstes wochenende also nicht dieses jetzt wo ihr hier die show guckt sondern das darauf folgende anfang juni und ich hoffe dass ich da möglichst viele von euch sehe da gibt es nämlich ein schickes programm was wir euch alles zeigen das seht ihr in der news zu dieser buff show verlinkt und auch noch eine information wie er noch an tickets kommen könnt und wir kommen zu unserem nächsten thema nämlich anomaly 2 und damit sind wir mittendrin in anomaly 2 ein name den ich noch zehnmal falsch aussprechen werde in diesem video weil er so ein bisschen zungenbrecher qualitäten hat ist der nachfolger zu anomaly warzone earth und eigentlich schon irgendwie ein tower defense spiel aber eigentlich gerade nicht man nennt es ja gemeinhin oder beziehungsweise die entwickler nennen es tower offense das bedeutet ihr spielt nicht die türme also ihr platziert nicht die türme die dann ja einen gewissen punkt verteidigen sondern ihr spielt die angreifer und das mittels einer squad die ihr aus verschiedenen fahrzeugen zusammenstellen könnt genau man sieht hier schon wird aus der draufsicht gesteuert man hat auch eben schon die taktische karte gesehen die kann man sich jederzeit angucken da sieht man zum einen die türme wo die platziert sind sofern sie denn schon zu sehen sind weil manchmal brechen die auch einfach so aus dem boden und man sieht vor allem die straßen die wege die man nehmen kann denn wie das bei tower defense so üblich ist gibt natürlich nur festgelegte strecken ansonsten würde das mit türmen verteidigen ja kein wind machen das wäre ein bisschen lustig und dann muss man sich eben unter anderem auch sofern man denn die wahl hat was bei vielen karten der fall ist überlegen wie gehe ich denn jetzt mit meinem squad vor wo laufe ich denn lang das ist jetzt eine der ersten mission da hat man noch nicht so viele einheiten hier haben wir zum beispiel eine artillerie einheit die eben auf entfernung in gerader linie mehr oder weniger schießt und das hintere ist ein gettling geschützt was ganz spannend ist was ich eben erstmal so ein bisschen aufladen muss auf touren kommen muss am anfang eher weniger schaden verursacht aber wenn man es hinbekommt dass man eine rute wählt zum beispiel auf der extrem viele türme dann liegen und das geschütz konstant feuern kann dann wird der schaden immer höher und was man ja auch gesehen hat ist eine besonderheit im zweiten teil einheiten können sich nämlich morfen oder man selber kann einheiten morfen jeder einheitentyp hat nämlich zwei verschiedene mech formen es sind ja mehr oder weniger kampf mechs die meisten eben auch mit eigenen stärken und schwächen wo man sich dann überlegen muss was man denn gegen welchen turm und für welche spielsituation verwendet und das zum beispiel der gettlingern von eben zu erzählen die gibt es einmal in der gettlingern form die auf entfernung auch ein bisschen schießen kann relativ hohen schaden macht beziehungsweise wenn sie erst mal warm gelaufen ist und wenn man sie dann morft dann wird zum flammenwerfer die vor allem zu den seiten in relativ viel schaden macht was wir gerade auch gesehen haben war einmal diese ganzen huten die man planen kann das heißt man überlegt sich welche fahrzeuge habe ich wie ist es denn jetzt am logischsten da lang zu kommen weil natürlich unterschiedliche fahrzeuge fahrzeuge besonders gut oder besonders schlecht gegen bestimmte türme funktionieren ja dann zum beispiel hat man es gesehen da haben wir jetzt den artillerie fahrzeug kurz in diesen anderen roboter verwandelt der hat nämlich nicht diese zieleinschränkung dass er mehr oder weniger nur in gerader linie schießen kann also ob man also nah an türmen dran ist ist das dann besser und es gibt natürlich auch verschiedene turmtypen welche die besonders stark sind oder langsam dass da oben wo gerade drauf geschossen wurde mit diesem roten schutzschild ist auch ganz besonders spannend wenn da in schneller folge drauf geschossen wird wird aus diesem eigentlich komplett harmlosen turm der nichts macht nämlich ein ziemlich kräftiger turm der extrem viel schaden vor allem macht da muss man also da aufpassen dass man zum beispiel die gettling geschütze nicht ganz nach vorne stellt weil im idealfall will man den mit relativ langsamer feuerfrequenz wegschießen bevor er überhaupt gefährlich wird das ringmenü was da immer aufgeht das sind die fähigkeiten des commanders ihr spielt ja die kleine person die da neben dran herumläuft und items einsammeln kann das sind diese fähigkeiten zu dem zeitpunkt habt ihr zwei nämlich einmal die erste das ist der schraubenschlüssel dort damit repariert ihr euren wagen und die zweite ist und ablenkungs manöver das heißt es könnte platzieren und die türme schießen dann exklusiv auf dieses ziel bis es natürlich tot ist und nicht auf eure wagen was besonders praktisch ist es gibt dann später auch noch mehr power ups zum beispiel einen speziellen zielmarker mit dem man den einheiten sagen kann hier schießt bitte auf den turm weil normalerweise folgen die natürlich zu dieser typischen tower defense logik der turm der gerade als erstes dran ist auf den wird geschossen vielleicht möchte man sich auf einen anderen konzentrieren gibt es also power ups ist auch ganz nett weil man dadurch dann tatsächlich noch aktiv auch was zu spielen hat weil normalerweise wäre das ja ansonsten eher so ein spiel zum zugucken ja weil man ja die einheiten selber nicht groß beeinflussen kann das hier ist noch so ein beispiel dafür dass die kampagne auch durchaus sehr abwechslungsreich ist auf der karte hier das übrigens dieser zielmarker jetzt weil ich in der szene jetzt natürlich will das erstmal der große besonders gefährliche turm ausgeschaltet wird auf der karte ist es so dass ich regelmäßig die türme mal an und ausschalten dann für eine bestimmte zeit deaktiviert sind da muss man dann also die routen am besten so planen dass man natürlich in den sekunden die man hat wenn sie ausgeschaltet sind durch die besonders gefährlichen gebiete fährt also da ist in der kampagne auch durchaus für das spielkonzept was ja jetzt nicht so furchtbar viel hergibt durchaus einiges an variationen drin und was neu ist im zweiten teil ist der mehrspieler modus vor allem denn man kann tatsächlich das gegen im ersten teil nicht ein spieler kann die squat übernehmen also die lotte rumlaufen und ein spieler kann tatsächlich auch die türme übernehmen ja das ganze wird dann ein bisschen unterfüttert man hat nicht einfach nur die türme und die squat sondern es gibt ein tech tree das heißt jedes mal wenn ihr punkte beziehungsweise chorosorum heißt die währung rein steckt dann könnt ihr eine bestimmte fähigkeit auswählen beispielsweise wird eure squat schneller wenn ihr die squat seid oder sie macht mehr schaden oder die türme machen mehr schaden wenn dann den turm spell spielt oder die bauzeit der türme wird verringert und jedes mal wenn ihr einen punkt in diesen attack tree rein steckt werden dann die weiteren türme freigeschaltet das seht ihr deshalb gerade rechts die anderen die noch nicht verfügbar sind sind ausgegraut derzeit nur zwei türme und wenn man dann genug geld oder ingame währung gesammelt hat gibt es hier eben das menü halt so mehr typischen sachen in dem fall jetzt haben meine türme jetzt ein bisschen mehr lebenspunkte für die türme gibt es noch eine ganz spannende mechanik dieser etwas größere brocken da unten rechts der eben zu sehen war das mit denen kann man dinge erforschen die brauchen dann so ein paar sekunden entweder verschafft man sich damit ingame währung was natürlich ganz gut ist man kann sich auch siegpunkte erschaffen um die eigentlich gekämpft wird im multiplayer modus wer zuerst an eine bestimmte punktegrenze stößt hat gewonnen allerdings ist natürlich gerade im multiplayer modus so dass der squat spieler also der der nicht die türme spielt sondern die türme kaputt machen will sich natürlich relativ viel zeit lassen kann um erstmal eine mächtige truppe aufzubauen und dann ist es eben unter anderem eine möglichkeit den dann doch in die offensive zu zwingen wenn man dann anfängt die siegpunkte zu erforschen ja man sich dann denkt na gut wenn du nicht kommen willst dann gewinne ich halt einfach so das spiel und dann muss der squat spieler natürlich irgendwann mal aktiv werden hier sieht man gerade der squat spieler natürlich wie verrückt herum und versucht die türme abzulenken die türme haben allerdings auch selber fähigkeiten die gehen auch unterschiedlicher also sind unterschiedlicher natur weil wenn man sie dann doppelt klickt können sie dann beispielsweise die fähigkeiten des commanders aufheben nehmen dafür aber auch ein bisschen schaden oder sie haben halt auch die möglichkeit geheilt zu werden man kann sie in berserker modus geben lassen das heißt dann machen sie ordentlich schaden aber das sieht man da links auch als turmspieler hat man diverse spezialfähigkeiten und diese blauen kuppeln die da ständig durchgegen geschossen werden sind auch ein ganz gutes mittel um den commander so ein bisschen davon abzuhalten aus dem eigentlichen tower defense spielen nur so ein wer kann schneller fähigkeiten klicken spiel zu machen ja wenn der commander nämlich in diese kuppeln da ist jetzt gerade eine rein läuft dann fangen die einheiten also der squat hört dann auf auf die türme zu schießen sondern geht auf den commander wenn man es also hinkriegt wie hier jetzt das um den squad herum relativ viele von diesen kuppeln sind dann guckt der commander ein bisschen doof und kann auch nicht mehr besonders gut eingreifen ja währenddessen ist er dann außer gefecht gesetzt kann also auch nicht umherlaufen um beispielsweise noch eben repair kit hinzulegen für seine squad und wenn man pech hat dann wird sie dann zerstört und man muss wieder beim startpunkt anfangen und sich natürlich seine fahrzeuge neu zusammenstellen in dem fall hier wurde jetzt der generator zerstört was so eines der hauptziele für den squad spieler ist weil der extrem viele punkte gibt wie gesagt letztendlich geht es um punkte in dem fall hier war jetzt aber die turm zusammenstellung auch ganz gut das sind eben die türme die dann erscheinen wenn zu schnell auf diese roten dinger geschossen wird also da muss dann muss man als turmspieler auch so ein bisschen anpassen mit welcher einheiten zusammenstellung spielt der squad spieler gerade was für türme nehme ich dagegen und wenn man das richtig macht dann gewinnt man wie ich jetzt hier natürlich ja das ist sehr schön gemacht indem du einfach mal die ganzen billig einheiten eingebaut hast ja normali zwei ist sehr lustiges spielkonzept tower defense mal umgedreht ich wundere mich auch beim ersten teil schon gewundert warum dann nicht früher schon jemand drauf gekommen ist ja auf jeden fall allerdings finde ich persönlich die kampagne ein bisschen interessanter und spannender als das multiplayer spiel weil es spült sich so ein bisschen träge ja multiplayer muss man mal ausprobieren aber ist auf alle fälle auch eine ganz nette idee die kampagne lohnt sich in jedem fall die ist sehr nett gemacht wie gesagt auch sehr abwechslungsreich das spiel gibt es für relativ kleines geld auf steam also wer das video jetzt grundsätzlich interessant fand der kann da glaube ich bedenkenlos zuschlagen unser letzter beitrag der beschäftigt sich mit dem neuen update von der herr der ringer online das hört sich jetzt gleich so an als wenn ich da wahnsinnig viel darüber wissen würde ich weiß aber gar nichts darüber sondern unser kollege benjamin mattysen der hat sich das zusammen mit den entwicklern für uns angeschaut und ich lese im prinzip nur seine notizen vor aber auf mich mal das ganze einen ganz guten eindruck schaut doch einfach mal selber rein ja update 11 für der herr der ringer online ist aufgeschlagen und wir haben die gelegenheit genutzt um die neuen forstigen inhalte von der ausführenden produzentin herr nach voll uns zeigen zu lassen und die video aufnahmen dazu seht ihr jetzt und anstatt euch instanzierte gruppen inhalte wie in update 9 und 10 fortzusetzen geht es dieses mal in der epischen geschichte weiter die führt euch in die neue region wildermark die im herzen rohans eingebettet ist doch wo sonst unter den pferdehufen der rohirim karge steppen oder saftige graslandschaften vorbeiziehen überrascht die wildermark mit einem unerklärlichen winter einbruch und im laufe der handlung die euch durch die fünf neuen tagregionen führt offenbart sich erneut die niedertracht von saruman mittels phasing dass die aussehen der gebiete permanent verändert je weiter ihr in der handlung voranschreitet und instantierte geschichtsabschnitte führen die entwickler neue charaktere und handlungsstränge in die epische geschichte ein allen voran ist der trüm rotbart der brischt als mächtiger krieger in einer der ersten story ausflüge voran ob ihr in die gefechte gegen uruk haitruppen eingreift das bleibt euch überlassen trim zertrümmert die anrückenden feindwellen spielend auch allein ja ein bisschen schade ist nur dass viele für die handlung relevante dinge abermals unvertont geblieben sind und ihr genötigt werdet im alpha des gefechts den über den heldenköpfen schwedenden texten zu folgen und das ist natürlich nicht besonders immersiv wie es ja immer so schön heißt immersion das geht ein bisschen anders hier sehen wir das gerade es gibt leider nur so text fällchen ja hier sieht man das jetzt auch noch gleich da kommt nämlich so ein steinriese und der lässt die belagerte stadt unter seinen tritten er zittern und schwingt darauf seine keulen und bricht durch der stadttor und ja wie atmosphärisch es doch wäre wenn jetzt nur zum so heißt das wie ich da vielleicht auch ein bisschen seine donnernde stimme einsetzen würde und ein paar markige sprüche klopfen würde aber nein gibt da nur so ein mini text das hätte man sicherlich ein bisschen besser machen können warum nur zum skillfick nicht wie alle anderen dörfer wilder max im erdboden gleich macht und was ist mit dem eiskristall auf seinem rücken auf sich hat das nur einige der fragen den ihr dann in update 11 nachgehen werdet da sieht man den besagten eiskristall hinten und das ist natürlich das geheimnis was ihr dann ergründen müsst ja und auch wieder eine von diesen textzeilen also deswegen das ist wirklich nicht besonders schön ja soviel erstmal zu nur zum besonders stolz sind die entwickler auf die gestaltung der eisigen landschaften die im krassen kontrast zum rest von rohan stehen es gibt überarbeitete wetter effekte für schnee und eisstürme und das ganze land durchstoßende eisplitter vermitteln in den umkämpften gebieten ja so ein gefühl einer unnatürlichen kälte und je weiter die verderbnis von nur zum so voranschreitet desto frostiger wird es das haben die entwickler sehr sehr schön gelöst also hier sehen wir das und das für abwechslung sorgen dann auch die fünf neuen teilregionen die sich von den nordausläufern des fangons über weitläufige schneewüsten erstrecken während ihr da in den dichten wäldern vor allem zu fuß unterwegs seid warten drei der fünf regionen mit aufträgen für den berittenen kampf auf das wurde ja mit der letzten erweiterung eingeführt und 13 neue kampfgruppen sollen dabei auch geübte reiter vor herausforderung stellen das heißt ihr habt ein bisschen mehr damit zu tun und da kommt es auch ganz gelegen dass die fertigkeiten eurer reittiere mit update 11 überarbeitet wurden von vielen spielern essentiell angesehene reittiertalente der gelben reihe sind nur standardmäßig aktiv zusätzlich schaltet ihr nun neue klassenabhängige fertigkeiten für euren rappen in diesem talent baum frei ja das endgame der wildermark region das setzt auf bekannte langzeit motivation durch tägliche aufträge wie schon in hütbold wählt ihr täglich aus unterschiedlichen aufgaben von denen ihr nur eine begrenzte anzahl absolvieren könnt für abwechslung ist da also gesorgt mal müsst ihr krieg trupps zerlegen mal ein wett essen gewinnen oder euch im handwerk beweisen also das hält dann auch beschäftigt und ihr langweilt euch nicht und wie schon im rest rohans absolviert ihr diese täglichen aufgaben teilweise in der offenen spielwelt oder eben in den instanzierten abschnitten für bis zu 25 spieler vollkommen neu ist es natürlich nicht aber wie gesagt sehr unterhaltsam ja und für den abschluss unserer kleinen rundreise hier durch die wildermark da haben uns die entwickler mal was ganz besonderes gezeigt nämlich das mounted fishing das ist ein neues mini spiel und es hat auch eine neue spielmechanik die mit diesem update in der herder ringe online eingeführt wird und die euch auf reittieren neue fertigkeiten durch questgegenstände ausführen lässt in diesem speziellen fall müsst ihr mit sperren fische fangen indem ihr den mauszeiger als zielcursor einsetzt und diese neue mechanik wurde nicht speziell für das spierfischen entwickelt also wir sind gespannt was denn da noch kommt ja und zum abschluss lässt sich noch sagen viel wichtiger für spieler der deutschen version ist dass endlich die fehler der übersichtskarte mit update 11 behoben wurden also insgesamt wieder ein sehr sehr rundes update zu der herder ringe online und wir lassen euch jetzt hier nochmal mit den letzten bildern allein aus dem eisigen rohan und damit sind wir schon wieder am ende der aktuellen buffed show angelangt ich hoffe ihr hattet viel spaß mit unseren themen und würde mich freuen wenn ihr auch das nächste mal wieder einschaltet und die kommentarfunktion fleißig benutzt was ihr denn noch von uns so wollt in der buffed show und was wir besser machen können und vielleicht irgendwelche neuen ideen für formate oder sonst wie alles einfach da rein wir lesen das alles und nicht vergessen hier dieses heft befindet sich am kiosk und auch nicht vergessen nächste woche sehe ich euch hoffentlich auf der rpc deswegen bedeutet noch schnell ein ticket wird bestimmt tolle sache in köln findet das ganze statt und neben mir ist noch der olida und die marie und florian emmerich ist auch da der erzählt ein bisschen was zu dragons profit und ja mit diesen worten bis zum nächsten mal dann noch ein beitrag da könnt ihr euch beteiligen welche denn von der neuen konsolengeneration für euch in frage kontinuier in frage wissenschaft und das darfst du mir also geht zum kiosk kauft euch oder bestellt bei uns hier im verlag so und jetzt geht es zu unserem nächsten thema nicht wo b ja playstation 1 oder x denn dafür für diese beiden konsolen jetzt kriegst du ihn beim nächsten mal ja dragons profit das könnt ihr nochmal machen ich werde euch das gleich vorlesen na nochmal warte ich hab's gleich das werde ich euch kaufen steckt viel arbeit drin und ist sehr schön geworden ich bin mal schade ich bin mal schade